Im nächsten Universum am Dienstag, sensationelle Einblicke in das geheime Leben des Jaguars in den Regenwäldern Brasiliens. Dem Phantom des Dschungels auf der Spur. Dienstag, 20.15 Uhr F2. Wie die Dinos laufen lernten. Das sensationelle Comeback der Urzeitriesen dank modernster Computertechnik. Einzigartige Einblicke in die Trickkiste der Grafikgenies, Animationskünstler, Tonprofis und Modellbauer, die sie nach Millionen Jahren wiederbelebten. Making of Dinosaurier. Jetzt in ORF1. Will you please stand still? Jetzt bei Vera in ORF2. Die spektakuläre Wende im Fall des elfjährigen Raul. Nachdem er mehr als zehn Wochen lang eingesperrt war, darf der Bub die USA verlassen und zu seinen Eltern in die Schweiz ausreisen. Der überglückliche Vater spricht exklusiv über das unglaubliche Justizdrama. Jetzt in ORF2. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das sind die Themen der heutigen ZIP2. Lebenszeichen. In Foggia kämpfen die Hilfsmannschaften um das Überleben der Verschütteten. Wir schalten live zu Andreas Pfeiffer nach Foggia. Außerdem. Aktionstag. Morgen soll in Österreich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit demonstriert werden. Und zermürbt. Die schwierige Situation der im Kosovo verbliebenen Serb. ZIP2. 22 Uhr. ORF2. Lust auf Millionen? Ihre Chance aufs große Geld. Wo können aus 40 Schilling Millionen werden? Bei Bingo. Der neuen Show für Gewinner. Machen Sie mit. Spielen Sie mit. Und nützen Sie Ihre Chance auf eine Traumreise mit Austrian Airlines und dem österreichischen Verkehrsbüro auf einem der fünf Kontinente. Sie sehen. Es zahlt sich aus. Ab 13. November. Bingo. Sie ist da. Share the Greatest Hits. Das Album des Jahres mit 19 Megahits. Share the Greatest Hits. Jetzt auf CD und Minidisc. Wir träumen doch alle nur. Dasselbe. Dasselbe. Iglu-Mehl-Speistraum. Ein Traum von einem Gärmknödel. Jetzt auch für die Mikrowelle. Unite your destiny. Destiny man, destiny woman. The new fragrances from Harley Davidson. Unite your destiny. Get excited mit A1 Excites. Aber nur bis 26. Eine wichtige Durchsage an alle ADEG-Mitarbeiter. Diesen Freitag, Samstag. Manner Haushaltsschokolade 250 Gramm nur 9,90. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie unsere Einkaufsmanager euren Kunden so einen Preis bieten können. Richtig. Hier zahlen wir kräftig drauf. Haas Backpulver oder Vanillinzucker nur 93. Wiesbauer Bergsteiger 100 Gramm nur 13,90. Guten Morgen, ADEG. Tempo. Chef, Chef. Ich muss es wissen. Das Geheimnis. Also gut. Pass auf. Tomaten. Melanziak. Paprika. Und Reis. Fertig in 9 Minuten. In 9 Minuten? Eine griechische Pfanne. Das ist das ganze Geheimnis. Idlo Küchengeheimnis. Wenig Zeit zum Kochen. Mmm. Viel Zeit zum Genießen. Moment mal. Ein Make-up so schnell. Das hält und hält? Ja. Der neue Quick-Stick von L'Oreal. Ein Make-up so anders. Es ist leicht, schnell und es hält. Der neue Quick-Stick. Ganz leicht aufzutragen. Mit einer Formel, die beim Auftragen pudrig leicht wird. Für einen natürlichen Tau. So sehe ich den ganzen Tag über frisch aus. Verlieren Sie keine Zeit mit Ihrem Make-up. Es gibt auch den neuen Quick-Stick. Er hält perfekt, ist schnell und von L'Oreal. Weil ich es mir wert bin. Mmm. Neu von Iglo Küchengeheimnis. Immer ein Genuss. Schönen wir uns. Oh, it's a Fae. Wir bringen die Schneeberichte für den Advent. Vanille Kipfer 0,8. Zimtsterne 0 bis 1 mm. Weihnachtsstollen. Tallagen 1. Höhenlagen bis 3 mm. Wiener Zucker ist die Weihnacht zur Bäckerei. Weil Sie nicht sind wie jeder andere, brauchen Sie auch keine Versicherung wie jeder andere. Ich bin unika und sicher. Hol dir die Früchte in die Tasse. Bester Schwarztee, feinste Früchte. Santi. So schmeckt das volle Leben. Santi. Neu von Lipton. Überraschend fruchtig. Schwarztee, feinste Schwarzte, feinste Schwarzte.